Mitten der sechstägigen Megastreiks planen die Lokführer offenbar bereits den nächsten Streik. Laut Bild-Zeitung soll der Bayern-Vorsitzende der GDL, Uwe Böhm, diese Information beim Interview mit dem Münchner Merkur preisgegeben haben. Demnach sehe die Gewerkschaft vorerst noch keine Chance auf Einigung mit der Deutschen Bahn. Der aktuell andauernde Streik soll am Montag um 18 Uhr zu Ende gehen.